Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir die Aufgaben des Frosches gemacht, haben ein tolles neues Outfit bekommen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch immer noch, genau, hier von diesem Pompom, von dem Ratzelfummel-Dummel-Dummel-Rubbel-Rubbel, haben wir noch die Pompom-Allein-zu-Haus-Challenge-Dings-Poms. Der gibt uns auch noch in einem Outfit und ich will das haben. Also, Pompom, allein zu Haus. Die Zielperson ist Pompom. Sie ist allein. Hm, sehr verdächtig. Pass auf, das könnte eine Falle sein. Ich siege alle Pompoms. Genau einer. Und da reicht das Ziel. Okay, drei Sterne. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was so ein Pompom ist, by the way. Ah, das ist diese, diese Unsichtbarmacht-Hante. Die kann sich unsichtbar machen und wirft immer ihren Boomerang und kann sich anscheinend auch klonen und all so ein Kram. Und anscheinend sind diese Ausrüfezeichen tatsächlich... Oh Gott! Immer... Hä? Oh Gott. Okay, die gehen einfach nur runter. Ich dachte... Okay, das war anscheinend falsch. Und die Dinger hier unten gehen auch einfach auf den Boden rein und... Oh Gott, okay. Man kann irgendwann nicht mehr auf den draufstehen. Haha, du bist runtergefallen. Genauso wie ich. Nein, guck, ich habe sie runterfallen lassen. Habe ich gewonnen? Ich meine, sie ist runtergefallen. Ja, das war die Richtige. Das ist ja mega assig. Ich weiß noch gar nicht, wann die hier weggehen und wann nicht. Ich mag die nicht, ich mag die nicht. Alrighty. Also unser erster Bosskampf, ja? Und das nur mit einem Pilz. Alles klar. Ich glaube, die ist gar nicht so schwer, wenn hier nicht andauernd die Plattform runterfallen würden. Und ich weiß auch... Okay, das ist die falsche. Ich habe jetzt, glaube ich, schon gesehen, woran man sieht, ob es die Richtige ist oder nicht. Und jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Aber ich habe die Richtige erwischt. Also ich habe doch drauf geachtet. Ganz klar. Die ist nicht die Richtige. Hat man aber schon gesehen. Ja, gut. Ist ein bisschen assig. Muss man aber vermutlich auch nur dreimal treffen, oder? Und die Richtige oder die Fake-Dinger, die haben so eine... Genau, die ist Fake. Die haben so eine komische Umrandung um sich rum. Daran erkennt man, ob die richtig sind oder nicht. Ich glaube, ich gehe hier lieber... Die da ist richtig. Ich glaube, nach denen, die erscheint ist, sieht sie auch noch wieder immer noch anders aus. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Das, da ist die Richtige. Sie kommt einfach nicht. Was ist denn los mit dir? Wieder hin. Nein. Oh, ah, nein, Moment. Okay, das ist die Richtige. Okay, wir haben den Schlüssel. Wir müssen nur noch ins Ziel kommen. Okay. Wie langt das? 30 Münzen. Yeah. Wee. Und Nummer 40 Münzen. Okay. Jetzt weiß ich zumindest, wie man erkennt, wer da die Richtige ist und so. Mein erster Bossfight. Wow. Wirklich habe ich gar nicht so schlecht eingestellt. Alter. Ein Rubbel-Rubbel-Shirt. Aber das ist nicht so geil wie das von Mauritius. Ach, nee. Mauritius war auch nicht so animiert. Wo haben wir denn dieses Animierte eigentlich her? Weiß ich gar nicht. Okay, aber noch ein Shirt. Ich mag das, die ganzen Outfits freizuschalten. Das gefällt mir sehr gut. Das mag ich am liebsten. Gut, dann machen wir noch den letzten... Die letzte Quest hier von... Oder den vorletzten? Der hat wahrscheinlich danach noch eine Quest für uns, ne? Der Wuffi. Evakuieren den Panzer. Wow, wow. In letzter Zeit ist es nachts immer so windig und regnerisch. Bitte bring mir irgendwas, worunter ich mich verstecken kann. Wow. Erreicht das Ziel in einem Knochen-Trocken-Panzer? Kriegen wir hin. Kleiner... Kleiner Marshmallow-Hundi. Hundi-Wundi-Schnundi-Knundi. Oh, nee. Dieser hässliche Stil. Ich habe mir auch die Stile mal angeguckt. Das hier ist jetzt zum Beispiel Super Mario Bros. 3. Wusste ich da vor nicht. Aber jetzt weiß ich es. So, okay. Weiß man ja, was man damit machen kann. Oh, oh. In den Panzer kann man auf jeden Fall rein. Wenn man... Wenn man nicht so dumm ist wie ich, dann kann man da rein. Und dann eigentlich theoretisch in der Lava nämlich damit haushalten. Hä, das geht einfach kaputt. Muss ich da... Hä, ich verstehe es halt nicht mal. Normalerweise holst du dir den Panzer, schmeißt ihn in die Lava rein. Und dann gehst du einfach in den Panzer rein. Aber irgendwie... Wenn ich den wegschmeiße, dann ist er ja sofort kaputt. Ah, ich darf nicht... Ich darf nicht die Taste gedrückt halten. Die Laufentaste. Jetzt macht einiges Sinn, weil dann habe ich ihn in die Hand genommen. Ich wusste nicht, dass der da unterscheidet. Äh, okay. Darf ich da bitte schnell weiter? Wieso ist das hier alles so grau? So, ich habe übrigens mal den Baumodus angeguckt. Und ich raffe halt einfach gar nichts. Ähm, es gibt richtig viele Tutorials. Oh, eine Zähnermütze. No, ich habe sie nicht bekommen. Oh nein, es lag nicht. Ich wollte die Zähnermütze haben. Es gibt jedenfalls richtig viele Tutorials. So 45, glaube ich, an der Zahl. Äh, 15 für Anfänger. Hä, nein, lass mich da durch. 15 für Anfänger, 15 für Fortgeschritten und 15 für die Profis. Und dagegen... Dein Ernst, sind da einfach rote Kugel, Willis? Oh, bitte lang, bitte lang. Huh, okay. Knappi, knappi. Äh, und 15 halt für die Profis. Und dann geben die ganz viele Tipps, wie man bauen kann und sowas. Und ich glaube, die erklären auch einige Mechaniken und sowas. Ist also mega gut eigentlich für mich. Aber ich habe mich jetzt noch nicht da durchgerungen, mir das alles anzugucken. Sollte ich aber vielleicht mal machen. Weil an sich der Aufbaumodus, der ist eigentlich recht interessant, was man da alles machen kann. Ich kündige jetzt schon mal an, dass ich auf jeden Fall den Super Mario World-Stil nehmen werde. Huh. Alter, dieses Level ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Muss man auf ganz schön viele Sachen achten. Und wenn man die ganzen Münzen haben will, huh, dann ist das noch assiger. Okay, ich hoffe, ich komme da auch noch vor... Okay, gut. Wobei, wenn das hier wieder hoch geht. Da ist das schon wieder so ein... Ja, dich habe ich schon gesehen. Vor allem, wenn ich... Nein! Oh nein! Wenn mich irgendwas trifft, dann bin ich tot. Oh, und es war wieder kein Checkpoint da. Ich werde mir das mal alles durchlesen, was da so abgeht. Und dann kommt bald ein Level. Hoffentlich. Kann wahrscheinlich noch ein bisschen da sein. Und ich habe eigentlich ja vorgenommen, dass ich erst die ganze Story durchspiele. Dann bin ich halt alles raffe. Ich glaube, diesmal hole ich mir die 10 Münzen da nicht. Das war mir eben zu knappi alles. Oder? Wow! Okay! Alles klärchen. Und ja, es wird dann halt, wie gesagt, ein Super Mario World-Level. Mann, wie mich das schon wieder herangekriegt hat. Weil ich den Stil einfach am sympathischsten finde. Und außerdem gibt es, ich glaube, nur bei Super Mario World, auch diesen Spin Jump. Und damit möchte ich auf jeden Fall arbeiten. Ich weiß noch nicht genau, was für ein Level ich machen werde. Ob das jetzt ein assiges Level wird, ein Droll-Level oder eher so auf Story geht oder sowas. Story-Level hätte ich schon Bock. Aber gucken, wo mich die Muse hinführt. Ich habe wirklich jetzt noch gar keinen Plan. Aber ich habe auf jeden Fall ultra Bock, da mal irgendwas zu machen. Toll, ey. Hier war gleich das Ziel. Fuck. Ich hätte gar nicht... Wieso bin ich da kurz davor nochmal gestorben? Und cool. So, kleiner Wurfi. Hier hast du gesehen, wie es geht. Hast du, ne? Klar. Oh, was passiert? Yo. Wir haben einfach ein kleines Hundehäuschen hier hingepackt. Wie nett sind wir denn? Ich finde das so cool, dass sich diese Overworld immer mehr anpasst. Und am Ende ist das einfach alles richtig hübsch hier. Und er hat natürlich noch eine dritte Aufgabe für uns. Wow, wow, wow. Oh, vier Sterne. Hatte ich jemals eine Vier-Sterne-Map hier gemacht? Die Kettenhunde sind los. Okay, aber fürs Outfit mache ich das. Wow. Mein üblicher Weg beim Bessgehen ist voller Kettenhunde. Bitte zeigt mir, wie man da durchkommt, ohne zu springen. Oh, schon wieder ohne zu springen. Ohne zu springen ist immer so assig. Aber okay. Vier Sterne mit Kettenhunden und all so'n Scheiß. Das wird schwer werden. Das wird richtig schwer werden. Oh, aber mein Lieblingsstil. Das ist doch schön. Aber jetzt kann ich euch nicht mal den Spin Jump zeigen. Das ist sad. Super Mario World. Ich bin ein Superspiel. Okay. Okay. So weit, so easy. Yay. Den ersten sind wir ausgewichen. Okay, wir müssen... Das ist ja quasi... Das ist ja quasi einfach nur ein Rhythmusspiel. Wir müssen den Rhythmus der Kettenhunde begutachten. Und uns dementsprechend positionieren. So, ist doch gar nicht so schwer. So, und wir dürfen nicht hüpfen. Das ist auch noch so eine Sache. Okay. Einfach durch. Huh. Ja, okay. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Laufen können wir ja trotzdem. Wir dürfen nur nicht den Boden verlassen. Und diesmal achten wir auch drauf, ob wir irgendwo runterfallen und sowas. Oh nein. Oh nein. Kettenhund, bitte geh weg. Ich darf nicht über dich rüberhüpfen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Assiges Level. Hoffentlich kommt bald ein Checkpoint. Ich bin ein großer... Öh. Ich bin ein großer Freund von Checkpoints. Und ich will die ganze Zeit hüpfen. Das wäre so einfach... So viel einfacher mit hüpfen. Ich werde aber, glaube ich, auch auf jeden Fall eine... Oh Mann. Okay. Äh. Eine Wind Condition einbauen. Ah! Come on. Kommt da so in Kettenhund. Oh. Und Mario ist so slippery. Warum ist er so slippery? Echt nicht geil, dass er so slippery ist. An sich muss man ja einfach immer da stehen, wo die ankommen. Und dann kurz dahinter sein. So, der kann einen ja eigentlich gar nicht treffen. So ein komisches Pendel hier. Wie es die Physiker immer haben. Sind die Physiker, ne? Ich glaube schon. Mit ihrem Pendulum... Pendulum Swing. Yeah. Das ist sogar ein geiles Lied. Hört euch das an. So. Go. Okay. Mein Tipp hat doch nicht so funktioniert, wie ich das gedacht hätte. Der hat immer krasse Aufgaben, der rückgängige Hund. Das ist echt krass. Aber wie der... Der kommt doch überhaupt nicht im Leben klar. Wir müssen ihm einfach alles zeigen, wie alles geht. Komischer Hundi. So. Okay. Apropos Hundi. Ich hab mit Aaron draußen eben noch gespielt. Ist erstens übrigens anstrengend, weil mein Hund hat voll die Kraft und was weiß ich. Und komischerweise, wenn man... Also er ist ein richtig lieber Hund. Aber wenn man mit ihm draußen spielt, dann fällt er einen auch an und sowas und beißt und was weiß ich. Aber nur so spaßmäßig. Aber schon mit 10. Also er beißt tatsächlich. Aber halt nicht bösartig, sondern so spielartig. Aber man hat trotzdem dann seine Narben. Komm, beim ersten Hund hab ich auch noch eine Narbe. Weil der war irgendwie... Oh. Äh, Essens. Wütig, süchtig. Essens irgendwie. Also ich hatte ja immer zwei Hunde. Und der eine Hund mochte das nicht. Wenn der andere Hund... Ich nehm dir das mit. Haha. Geklaut. Wenn der andere Hund was zu essen bekommen hatte und er selber nicht. Und den hatte der kleinere Hund, den größeren Hund. Ich glaub ich fauch den sogar, ne? Guck mal wie krass ich bin. Äh, ange... Ange... Faucht wollte ich grad sagen, aber sie sind ja ja Hunde. Deswegen, die fauchen ja gar nicht. Ui, party hart. Nice. Ähm... Angeknurrt. Hat den anderen Hund angeknurrt und dann wollte ich die halt auseinander treiben. Und dabei hat mich dann der eine Hund ange... Angefallen, richtig gebissen. Weil der dachte wohl ich, ich wäre der größere Hund. Ein tollen scheiß Kleid hier. Das ziehe ich doch sowieso nicht an. Ist jetzt nicht so mein Metier hier, aber gut. Und der Westflügel ist auch fertig. Ja, oh ja. Wir sind alle glücklich. Woo. Aber da hat mich dann mein Hund richtig krass gebissen. Und da hab ich auch noch... Jetzt ne Narbe. Die ging richtig tief rein in meine Haut. Das war... Das war nicht cool. Also Leute, wenn eure Hunde futterneidisch sind, dann versucht nicht die auseinander zu treiben. Das ist also nicht gut für euch. Aber jetzt hab ich wenigstens immer... Immer ein Andenken an sie. Weil der Hund ist jetzt leider auch schon wieder tot. Ja, so. Hier, ich hab Sachen gemacht. Ich will... Nee, warte, ich will noch keinen Auftrag. Aber ich hab auch nicht genug Geld für irgendwas, ne? Ja, nix. Zweiter Stock ist fertig. Ja, diese Eleganz. Oh, wie schön. Das günstigste ist 700. Oh, da müssen wir mal einiges sparen. Der grüne Toad jetzt vielleicht was Neues für uns? Irgendeine neue Aufgabe? Hallo, grüner Toad. Hast du gut gemacht. Hast du was Neues? Nee, ich hab nix Neues. Na gut. Dann würde ich sagen, wecken wir mal den lila Toad... Nee, der Pau-Block-Wecker. Oh, damit können wir bestimmt den gelben Toad wecken. Mit diesem Pau-Block-Wecker. Wenn du mit Pau-Blocken ordentlich Rabatz machst, wacht die Schlafmütze sicher auf. Und zufällig müsste ich auch die perfekte Stelle, wo er vor Pau-Blocken nur so wimmelt. Also dann, tobt dich aus. Besiege alle Stachis. Mit Pau-Blocken. Okay. Ich muss sagen, dieser Story-Modus ist recht gechillt. Merkt man vielleicht auch an meinem Kommentarstil eventuell. Ich hab gemerkt bei meinem Schneiden, dass ich ein bisschen ruhiger bin bei Mario Maker. Außer halt, wenn irgendwas Unvorhersehbares passiert. Ja, leh, ich hab nicht so viel Zeit. Ich weiß nicht, wie ich die aktiviere. Okay, ich weiß es doch. Okay, ich muss alle drei aktivieren. Wie, da ist auch noch ne... Die 30er-Münze da oben geht weg. Warum? Muss alle Pau-Blocken aktivieren, damit sie alle tot sind. Hab ich geschafft. Und dann kann ich ja wieder raus, ne? Diese Sonne da oben war ja komisch. Okay, das war ja super easy. So, welcher Stil war das jetzt? Das müsste auch der Super Mario Bros. 3-Stil gewesen sein, oder? Ich hab mir das extra mal aufgeschrieben und will die jetzt mal ein bisschen lernen, damit ich raffe, wo ich was machen kann. Ich finde New Super Mario Bros. U zum Beispiel und diese neue Super Mario 3D World, die Stile finde ich auch sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten. Es gibt übrigens fünf Stile. Nur so. Oh, Gelber Toad, dann wach mal auf. Oh, das ist schon süß. Süße Sachen, die gehen, sind noch viel ultra süßer. Das macht die mindestens 20% süßer, wenn sie gehen. Hi, Gelber Toad. Jetzt bin ich aber mal gut ausgeschlafen. Ich konnte den von den Bauleitern gewünschten Steinquader einfach nicht finden. Da hab ich mich erst mal hingelegt. Aber jetzt, wo du hier bist, ist ja alles geregelt. Du besorgst ganz einfach den Steinquader für mich, oder? Am besten suchst du erst mal hier. In unterirdischen Steinbruch. Nur ein Stern, das ist ja süß. Die Bauleiterin besteht darauf, dass wir ganz spezielle Steinquader erfinden, die es nur in den Höhlen gibt. Alles klar, ich hol dir deinen Steinquader. Nichts einfacher als das. Ja, Lieblingsstil, Super Mario World. Ich nenne das jetzt ein paar Mal. Bis es in meinem Kopf drin ist, nenne ich jetzt die ganzen Stile. Bis ich das kann, ohne abzugucken. Ich hab mir die ohne Witz vor mir hingeschrieben auf ein... Äh, auf so ein... Wie nennt man diese... Diese... Papierdinger... Genau, hier kann man diesen Spinjump nämlich machen. Äh, Posted. Auf dem Posted hab ich das draufgeschrieben. Ach, shit. Aber man kann... Ah, jetzt seh ich's auch da oben. Blinken, diese Steine. Und davon sollen wir einen mitnehmen. Aber die machen uns natürlich auch mega schwer, wenn wir davon einen mitnehmen. Dann müssen wir, glaub ich, mal im ganzen Level drauf achten, ob man die irgendwo mitnehmen kann. Wir sollen hier quasi einen Stein... Abtragen, ja? Hier, die sind aber alle versperrt und die kommen wir alle nicht ran. Okay, alles easy. Da unten ist auch einer, aber da kommen wir auch nicht ran. Geil, mit Spinjumps hier arbeiten. Das kann ich richtig gut. Pow! Hab ich noch nie gemacht. Spinjumps sind aber so cool. Ich find diese Mechanik so geil. Spinjumps machen mega Spaß. Yoshi! Na, du kleiner Fratz. Hier, nimm mal die Mützen mit. Oh ja, die schmecken lecker. Oh, geil, Mützen. Da kommen wir leider nicht ran. Können wir? Oh, man kann ja alles mitnehmen. Und man kann ja einfach wieder wegschießen. Wie witzig ist das denn? Das tötet sogar Leute. Ja, one up, meins. Kann man dir auch eins... Ja, lol. Okay. Äh, ich vermute einfach mal... Oh, müssen wir ihn hier wirklich loslassen? Warte, warte. Ich vermute, aber wir müssen mit Yoshi vielleicht so einen Stein holen. Meint ihr, das geht? Nein, Yoshi! Bleib hier, Yoshi! Yoshi, ich brauch dich! Oh, komm. Ich wollte doch nur gucken, ob ich mit ihm irgendwie einen Stein holen kann. Aber ich glaube, da das nur einen Stern hat... Ich bin trotzdem schon zweimal gestorben. Hier war einfach nur ein Stern, oder was war das? Oder? Hat er das mehr Sterne? War das ein anderes Level, das weniger Sterne hatte? Kann man mir das richtig gut vorstellen, dass man... Lol. Man kann einen anderen Yoshi einfach einsaugen! Hahaha. Ich kann mir vorstellen, dass man halt wirklich irgendwie... ...mit Yoshi so einen Klumpen sich holen muss. Kann man die auch einsaugen? Ne. Hätte mich auch gewundert. Ups. Ja, tschüss Yoshi, ne? Hab dich lieb. Da bist du ja wieder. Okay. Äh, wir müssen ihn hier sowieso dann liegen lassen, oder? Weil, ja. Ich kann nicht so hoch hüpfen. Ne! Wir müssen tatsächlich mit Yoshi so einen Stein holen. Ich wusste es. Hab's gewuscht. Hab's geahnt. Hab's gewusst. Hab's... Alles Mögliche. Okay, aber ich weiß nicht, wo ich an einen rankommen soll. Da muss ich ja den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Der hier zum Beispiel. Ah ja, das geht. Okay. Ah, und mit Yoshi kann man den auch einfach mitnehmen und das gleich schnell. Okay, das ist natürlich sehr nice. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir mit dem Stein... ...ins Ziel kommen sollen. Und ich hoffe, er schluckt den nicht runter. Das wäre richtig doof. Okay, jetzt rennt er auch langsam die Zeit. Ist alles okay? Alles okay. So, wie... ...kriege ich jetzt den Stein darüber? Keine Ahnung. Hä? Hier hinten ist nämlich auch kein Stein. Hä? Kein Plan! Wie? Ich komm da ja nicht hoch ohne... Hä? Irgendwas übersehe ich. Noch was? Ich mein, wir haben zwei Yoshis, ne? Nee, ich komm da nicht hoch. Okay, pass auf. Vielleicht muss Yoshi... Wenn ich jetzt den... ...den Stein hier mitnehme... ...den sollte ich doch so tragen können, ja. Ich kann den aber auch nicht tragen mit... ...mit Yoshi. Aber ich kann den nach oben schleudern, oder? Auch nicht. Hä? Ich raff's nicht! Es geht nicht! Nein, es langt einfach nicht! Selbst wenn ich ganz oben werfe, langt es nicht. Und die Zeit ist um. Hä? Bestimmt irgendeinen Tipp noch gegeben, oder? Hä? Nee, 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 nee... Lepp! Okay, gar nicht schlecht, Gelber Toad. Gar nicht schlecht. Gutes Level. Musst man überlegen, wie man's macht. Und jetzt sehe ich schon wieder alle von euch ein Face-Pol machen, weil ich da nicht selbst... Oder weil ich da so spät erst drauf gekommen bin. Hm, danke für den Steinquader. Ich werde ein echtes Kunstwerk daraus machen. What's up? Oh, ja, Tatsache. Das ist ja wie diese Tiny Blocks. Kennt ihr die? Ich habe hier auch so einen Tiny Blocks, aber mit Glumanda. Die sind gerade voll im Trend. Auf jeden Fall waren sie das in Japan. Keine Ahnung, was die überhaupt in Deutschland gibt. Ist so wie Lego, aber mit so ganz kleinen Blöcken. Dann hast du, dann besteht so ein Gumba hier aus 300 Teilen zum Beispiel. Und dann kannst du den aufbauen. Ist voll die Formelarbeit, aber es sieht cool aus. Oh gut, machen wir auch noch die zweiten hier. Steintransport mit Katzen-Mario. Das müsste dann der Super Mario 3D World-Stil sein, oder? Wenn es hier ein Katzen-Suit gibt. Ich glaube schon. Ich glaube, den gibt es da beim 3D World. Kann man hier eine Stamm-Vertacke machen? Ja, Tatsache. Kommt auch hier durch? Okay. Diesen Stil kenne ich halt wirklich noch gar nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal so einen Stein. Das war schon mal gut. Den müssen wir einfach nur mitnehmen. Dann sind wir doch safe. Ha! Ich kann ja eigentlich kaputt... Ich mag das so. Oh, wie komme ich denn da jetzt vorbei? Okay, alles easy. Ja, die Münzen brauchen wir sowieso alle nicht. Also alles cool. Ich habe das Gefühl, dass dieses Level sehr viel einfacher wird als das eben. Einfach nur, weil ich nicht gerafft habe, was ich mit dem Yoshi machen konnte. Sterb! Ich schmeiße... Oh, okay, warte. Nein, kriege ich den noch hoch? Oh, nö. Ah, ich kann aber noch mit denen nach oben, oder? Okay, gut. Ich dachte gerade schon. Okay. Wie komme ich jetzt da oben hin? Ich hätte das gerne. Ich hätte gerne diese 10 Münzen. Geht das vielleicht auch einfach mit dem... Kein Plan. Vielleicht... Nein, 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 bleib mal hier. Bleib mal hier. Wir haben nicht so viel Zeit, aber ich möchte diese 10 Münzen haben. Vielleicht, wenn er hier einfach ist. Nee. Doch, aha. Okay, cool. Dann kann ich an die Röhre ran und dann kann ich da hoch. Okay, mega nice. Jetzt fangen hier die richtigen Level an, Leute. Wo man auch nachdenken muss und so. Ohne, dass es ein Rätsel-Level ist. Per se. Da kann man bestimmt nicht rein. Wieso sollte ich da oben hin? Ich muss da oben sogar hin. Aber man kann den da durchschicken. Das ist voll cool. Jetzt ohne Witz. Das meine ich nämlich. Wenn man diese ganzen Tutorial-Levels hier spielt, dann lernt man auch neue Mechaniken kennen. Aber das ist natürlich auch derselbe Fall, wenn man einfach Online-Level spielt. Und da lernt man wahrscheinlich noch mehr kennen. Aber für so einen kleinen Noob wie mich ist, glaube ich, dieses... Oh Gott. Ist das, glaube ich, besser, wenn ich einfach... Voll süß. Wenn ich den Story-Modus spiele. Los, lauf, Mario. Hier ist bestimmt gleich das Ziel. Da ist noch eine 30er-Münze. Aber ich habe keinen Plan, ob ich das überhaupt haben will. Ich weiß nicht. Ich habe auch keine Zeit mehr. Wollen wir einfach ein Ziel? Oder was ist los? Wie kriegt man denn den jetzt da oben hin? Hä? Hä? Also noch haben wir ja Zeit. Wir können es einmal ausprobieren. Ich vermute einfach mal, wir müssen laufen. Dann geht er da durch. Dann können wir hier hoch. Ja. Und volle Punktzahl. Woo! Und jetzt kommt da bestimmt so ein Cat-Mario, oder? Als Tiny Block. Es ist einfach ein Cheep-Cheep, aber auch sehr süß. Sogar ein pinker Cheep-Cheep. Nicht die roten. Nein, nein. Gleich der pinke. Und er hat noch eine Aufgabe für uns. Und wahrscheinlich sein letzter Steinquader am Fluss. Nee, noch irgendwas an der... Aber hier habe ich gar keine Lust zu. Ah, da muss bestimmt irgendwas richtig cooles dann als letztes kommen. Aber ich würde sagen, das war es dann erstmal wieder mit dieser Folge. Äh, ja. Bedanke mich auf jeden Fall richtig schön, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir haben so gar keine... Gar kein Geld diese Folge gesammelt. Holy moly. Äh, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschü tschü. Tschü tschü. Tschü 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 tschü